Ui, okay, ähm, da ging gerade meine Tür auf. Nein, ich wollte eigentlich was anderes. Hey Leute, ich habe etwas bemerkt. Und zwar haben wir bei, oder habe ich, muss nur das schon nochmal schnell eingeben, ich habe das gerade, bei 115 Videos. Irgendwie funktioniert mein Interesse doch gerade nicht. Ich habe bei 115 Videos, nicht Twitter, nicht Simple Planes, nicht Google Plus, mein Gott. Google ist gerade zu blöd, mich zu suchen. Da, geht doch. Ich habe es geschafft, oder wir haben es geschafft bei 115 Videos. Lecker. Das kann nicht fokussieren. Aber da steht eine 25. Ja, mein Handy ist zu blöd zum Fokusen. Da steht eine 5. Mein Gott, what the fuck. Hallo? Danke. Da steht eine 25. Yay. Das ist bei 115 Videos. Gut, äh, wir haben jetzt 116 Videos, weil das dazugekommen ist. Auf meinen Kanal Banner warte ich noch ein bisschen, aber das ist nicht so schlimm. Ich finde es schön, dass ihr Leute, vor allem hier bei Let's Build A10 Thunderbolt, so zahlreich aufgerufen habt. Mein bis jetzt, wow, erfolgreichstes Video ist, ähm, oh, Blöck, du bist ja gar nicht mehr blau, lol. Mein bis erfolgreichstes Video sollte das Konzert sein. Aioli und Limone. Na, da muss noch was dazwischen. Tut mir leid, wegen dem Wackeln gerade. Geben ein Konzert. Ex-Yoshi-Api. Da seht ihr es, 106 Aufrufe. Das ist mein bis jetzt erfolgreichstes Video. 6 Monate, 106 Aufrufe. Mein Gott, ich habe Videos, die haben, keine Ahnung. Ja, wenn ich jetzt mal sage, keine Ahnung, gehen wir mal zu Splatoon Online. Nein, 41 Aufrufe hat der Junior-Klexer. Und das Video gibt es seitdem. Das ist noch unten. Naja, es ist echt witzig, wie ihr manchmal mit Splatoon dabei seid. Äh. Ich weiß gar nicht, oh, ich habe gar nicht meine Play-Its noch nicht beendet. Ja, das müsste ich noch machen. Aber ich weiß, bei meinem neuesten Part Kalligraf 3 Aufrufe. Und, äh, ich weiß, ähm... Beim Quasto habe ich gerade mal 2. Macht Sinn. Aber egal, ich würde euch Danke sagen. Erstmal hierfür. Wir sind auf einem relativ guten Weg. Und ich sage Tschüssi.